Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Ugavdibre anzunehmen bei Calvinius im Demarwald an dieser Stelle. Vor Quest war Saftlieferung und wir müssen eine Kiste finden. Diese Kiste ist ziemlich weit weg von diesem Punkt. Deshalb mache ich jetzt eine kurze Unterbrechung. Begebe mich zur Kiste und zeige euch dann wo die Kiste zu finden ist, wie der Weg ist, wo man laufen sollte etc. Nicht abschalten, euch wird geholfen. Bis gleich. Da bin ich auch schon bei Calvinius Kiste angekommen, war ein ziemlich weiter weg. Hier war auch die Map, hier befindet sie sich. Also von diesem Turm aus bin ich einfach diesen Weg entlang gelaufen. Hier nach unten. Hier muss man ein paar Oger bekämpfen. Wir sind im Weg, Bad Reven auch ein bisschen. Einfach benutzen. Und um die Quest abzugeben, müssen wir wieder nach Dunkelhain. Ich werde mich dazu hier entlang begeben und werde dann noch den Flugpunkt holen. Den zweiten Flugpunkt, was auf der Westseite vom Dunkelhain ist. Bei dem großen Friedhof. Hier. Den da werde ich holen. Und dann zurück nach Dunkelhain fliegen. Ich mache noch mal eine kurze Unterbrechung und wir sehen uns in Dunkelhain. Nicht wegschalten. Bis gleich. Da bin ich auch schon im Landeanflug. Und ab geht's zum Abgabe NPC. Einfach diesen Pfad hochlaufen. Erste Abzweigung nach links nicht nehmen, sondern er ist die zweite, diese hier. So, Quest ist abzugeben bei Carvinius. Im Demerwald. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt's den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.